Also wir haben unsere ganze Stufe mit einem Weingut verglichen und unsere ganze Stufe als Weintorten dargestellt und somit dann unsere ganze Geschichte der letzten acht Jahre erzählt. Und ich darf jetzt überreichen einen Scheck in Höhe von 500 Euro für die Abschlussklassen. Ach, der Werk ist wieder ganz, ganz toll gemacht. Ich habe echt toll, Sie können wirklich stolz auf Ihre Schüler sein. Also richtig, richtig klasse. Ja, liebes Hans-Voller-Gymnasium, Gratulation zum tollen zweiten Platz. Ihr feiert euren Abschluss und wir feiern mit euch. Bis zum nächsten Mal.